Aber welcher Spruch soll ich auch drehen? Hm, deutsch oder französisch? Keine Ahnung, gut nicht. 1 Sekunde Mai Spät Moje Leid! Jo, Deutsch, willst du hau Zeit? Oder französisch, willst du vielleicht hau Zeit? Dein Ernst, Alter? Nein, ich habe heute überhaupt keine Lust darauf, ok? Ich habe gar keinen Bock darauf. Junge, du sprichst so gut wie jeden Tag Deutsch. Komm, ich will jetzt ein bisschen mal chillen, ok? Ein anderes mal. Deutsch, bist du wirklich sérieux? Ka, wie weit du es gerade guäken Zeit? Vas-i, komm-on. En französisch, du bist ein cool Spruch. Komm, ich brauche dich dringend. Hallo, wirklich. Désolé, mais aujourd'hui, ich n'ai vraiment pas envie. Parce que, en fait, tu parles chaque jour le français. Tu parles chaque jour le français. Dans le restaurant, dans la bibliothèque, dans... Ah, je ne sais pas. Mec, aujourd'hui, je n'ai vraiment pas envie. Désolé. Französisch, du auch? Haut als wirklich nicht, Mike Lekstar. Mais bon... Ich muss es so akzeptieren. Eddy... EIN... SECOND... MEI... SPÄT! MEI... Meilen les. Ich � leid. Ich s'il ulo wahgerisch. texture est? Vielen Dank.